Hallo, heute stelle ich euch die App Gutscheine vor. Kann kostenlos heruntergeladen werden und der Name verrät es eigentlich schon. Es ist eine App, die euch aktuelle Gutscheine, sprich von verschiedenen Webseiten, Anbietern sammelt und geordnet aufzeigt. Ihr habt hier zum einen die Möglichkeit, wenn man auf die Menü-Taste tippt, kann man sich zum Newsletter anmelden lassen. Wenn man also sagt, ich möchte da stets up-to-date bleiben, habe ich die Möglichkeit, mich hier anmelden zu lassen. Ich bin so im Hauptmenü bzw. schon im Menü selber drin. Ist wirklich sehr aufgeräumt. Ich habe zum einen hier oben eine Lupen-Funktion, über die ich direkt nach einem Gutschein suchen kann. Sprich, ich kann sowohl einen Anbieter eingeben, wie beispielsweise Amazon, oder kann auch einzelne Wörter eingeben, wie beispielsweise Auto oder dergleichen, wenn ich hier einen Gutschein suchen will. Hier oben habe ich dann vier verschiedene Reiter. Es geht los bei aktuell. Hier werden mir einfach, wenn wir aus der Suche nochmal zurückgehen, die aktuellen Gutscheine angezeigt. Wenn ich beispielsweise auf den Amazon-Gutschein dann tippe, werde ich direkt weitergeleitet zu denen, bekomme hier oben allgemeine Infos zu den Amazon-Gutscheinen und habe dann hier unten die Aufsammlung der Gutschein-Codes. Zum einen rechts wird mir angezeigt, wie lange die Gutscheine gültig sind, habe dann, wie viel der Gutschein wert ist bzw. was er mir bringt und bekomme dann angezeigt, wann es ganz was bringt. Also in diesem Fall bei Amazon ist es nicht so, dass es ein Universal-Gutschein ist, sondern man sieht bei verschiedenen Aktionen einfach, wann es was bringt. Wird hier auch wirklich immer alles schön erklärt. Zum Beispiel ganz oben geht es los, 6er Top-Weine-Spanien-Paket und wenn ich den Code eingebe, bekomme ich das eben in diesem Fall zu einem vergünstigten Preis. Hier kann ich dann also ganz einfach durch die Top-Gutscheine durch. Wenn wir jetzt beispielsweise einfach mal über die Suchen-Funktion etwas suchen, auf Bauer, und tippen wir auf Suchen, dann sehen wir hier, wo wird an dieser Bauer-Gutschein-Code angezeigt. Wir bekommen auch hier oben, was ich wirklich sehr, sehr informativ finde und auch wichtig, aktuelle Infos, wie das Ganze beim jeweiligen Anbieter mit dem Gutschein funktioniert und auch hier werden mir dann unten die Rabattcodes angezeigt mit dem jeweiligen Gültigkeitsdatum und was für Voraussetzungen eben gegeben sein müssen, damit man diesen Gutschein nutzen kann. Außerdem habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel auf Top gehe, dass mir Gutscheine angezeigt werden, die aktuell einfach angesagt sind. Sprich, ich habe hier oben beispielsweise von ATU in den Autokategorien. Wenn ich auf Bücher weitergehe, wird mir Weltbild oder Amazon angezeigt. Man kann hier so wirklich, man sieht, es gibt eine wirklich richtig große Anzahl, die verschiedenen Top-Gutscheine durchscrollen und aktuell werden mir halt die aktuellen angezeigt. Unter den Kategorien habe ich dann jetzt die Möglichkeit, mir das Ganze nach Kategorien sortieren zu lassen, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich suche etwas, ein Game, ein neues, tippe ich einfach auf Games, seht ihr momentan, es gibt drei Gutscheincodes, beziehungsweise drei Anbieter, die Gutscheine unterstützen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Rebuy tippe, sehe ich, ich bekomme hier die Möglichkeit, einen Gutschein über 5 Euro, kann auch Bestandskunde sein und ich muss für mindestens 30 Euro einkaufen. Der letzte Punkt, den wir noch hier oben haben, sind die Anbieter. Hier habe ich das Ganze nach Anbietern sortiert, sprich, ist alphabetisch sortiert. Ich kann also, wenn ich jetzt sage, ich möchte zu Bugatti, dann schaue ich einfach unter B, kann dann direkt hinauftippen und sehe, dass es momentan ein Sale bei Bugatti gibt und dass es einen bis zu 75 Euro Gutscheincode gibt. Wenn ich 75 Euro bezahle, bekomme ich einen 15 Euro Gutscheincode. Ist als in allem wirklich eine sehr aufgeräumte App. Ihr könnt auf schnelle Weise topaktuelle Gutscheine herausfinden und könnt so wirklich eine Menge Geld mitsparen. Wer so generell im Internet viel bestellt, für den ist es wirklich eine Must-Have-App. Man kann sich hier stets über aktuelle Angebote informieren. Man sieht, es reicht über Otto, H&M bis hin zu Amazon und kann so wirklich eine Menge Geld sparen. Soviel zu der App Gutscheine. Von mir wirklich eine ganz klare Empfehlung. Ladet es euch einfach mal herunter und probiert es aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.